Dicke Bäume, Kustelbäume, kleine Bäume, also alles, was sie nicht mehr schneidet, das bringen sie zu mir. Ich bin der Moser Andreas und ich bin Sagerlau. Mein Gruß von der mütterlichen Seite ist Sagerlau gewesen, mein Gruß von der väterlichen Seite ist Sagerlau gewesen und mein Vater ist auch Sagerlau gewesen. Also bleibt mir nichts hinweg, ich muss auch ein Sagerlau sein. Für mich ist das Besondere, dass ich seit fast 100 Jahren da stehe, wo es jetzt stehe. Und dass ich eben Sachen machen kann, was jetzt hier vorne mehr tut. Das Besondere ist, dass da der Gatter, dass der Vollgatter-Hausziel ist. Das ist ziemlich ein großer, also davon kann ich große Bäume schneiden. Ich mache Theater spielen und da ist natürlich wieder die Blätter, die die Welt bedeuten, wie du sagst. Und das ist meine nächste Leidenschaft, was ich gerne brauche. Ich mag Holz gerne und ich arbeite nadelsch gerne mit Holz. Ich gehe auch jeden Tag mit der Freiheit auf das Obd. Und das ist wirklich gefährlich. Also ich werde es da nicht, ich werde es immer reich werden da mit dem ganzen Spiel, aber ich tue es jeden Tag. Ich gehe jeden Tag gerne hier arbeiten und das ist mir viel wert. Bis zum nächsten Mal!